Leute, was gibt es schöner als Samstagabend um 21.56 Uhr sich hier durch den TikTok Werbean-Ads-Anzeiger hier durchzuklicken. Ich schaue mir gerade hier ein Tutorial an und es gibt hier den TikTok-Business. Das sieht dann so aus mit dem Ads-Manager und so weiter. Ganz am Anfang kommt da eine komplett andere Maske, die ich jetzt nicht mehr herbekommen habe. Auch da habe ich versucht, diesen TikTok-Postcode irgendwo zu finden. Keine Ahnung, was das sein soll. Jetzt habe ich mich auf meinem Handy eingeloggt in den Business Manager. Der sieht aber dann wieder so aus, also wieder anders. Wow, okay, hier Unternehmensregistration, dann darf ich meine Webseite angeben. Okay, das ist schon mal etwas. Bis jetzt sehen ja meine Posts immer so aus und das heißt, die fragen mich immer in den Kommentaren, wie kann ich die hier erreichen? Also ich mache hier meine supergeilen Videos und so weiter. Könnt ihr auch mal vorbeischauen auf meinem TikTok-Kanal. Ich habe mittlerweile über 189 Follower innerhalb von zwei Monaten. Ja, zu meinem Thema ist das gar nicht so schlecht, glaube ich. Und wie sieht denn so aus? Und das ist alles schon sehr, sehr irgendwie. Jetzt machen wir mal so, dass ich hier einfach sage, ja, nach der Registrierung kannst du Webseite anzeigen. Also mit diesem TikTok, da ändert sich wirklich fast alle drei Tage was. Deswegen ist es eigentlich egal, was man sich hier für Tutorials und Zeug reinzieht. Das sieht schon wieder völlig anders aus wie dieses Ding hier, was hier irgendwie vor fünf Wochen aufgenommen wurde. Also das ist schon ein Hammer. Jetzt geht mir mal hier drauf und lass uns überraschen, oder? Machen wir mal gemeinsam. Oh, wow. Ja, das habe ich nämlich gerade eben schon gemacht. Geschäfts-Lizenz-ID. Krass, was ist das denn? Wow. Was zur Hölle ist eine Geschäfts-Lizenz-ID? Das könnte meine Gewerbenummer sein, oder was weiß ich. Gewerbesteuer. Keine Ahnung, die weiß ich nicht, man ist nicht auswendig, muss ich irgendwie irgendwo rauskrameln. Keine Ahnung, was das sein soll hier. DUN-Code. Leck mich gar mal. Muss ich googeln. Wahnsinn. Ich würde jetzt ganz gerne mit ein bisschen Knabbergebäck Netflix-Serien schauen um 10 Uhr abends. Samstag Nacht. Aber nein. Ganz ehrlich, es kommt auf Netflix nur noch Scheiße, schon seit Wochen. Also ziehe ich mir lieber den Käse hier rein. Dann kann ich wenigstens Werbung auf TikTok schalten. Ist doch mal etwas. Wir googeln jetzt einfach mal die Geschäfts-Lizenz-ID TikTok. Was ist das? Was ist das? Ja. 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 Und jetzt ist das Schassier. Vielen Dank. Das muss ich jetzt tatsächlich wieder auf YouTube. Das muss ich jetzt wieder auf YouTube. Okay. Ja, Wahnsinn. Google spuckt mir Resultate aus. Ich will wissen, was das ist. Keine Ahnung. Es gibt nix, nix darüber, nix, gar nix. Wahnsinn. Das konnte ich, glaube ich, vergessen. Okay. 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 Okay.